Deine Lüge wird niemals Geschichte schreiben. Denn in der Geschichte wird stehen, du warst der Verräter. Lass dich jetzt nicht checken zweimal machen, die ganzen Leute blattest du nicht einfach mal aufhören. Das ist immer so so. Wow, heftige Scheiße ist das doch. Okay, wir sind jetzt da runtergefallen. Price hat den Heli abgeschossen. Gute Arbeit, Price. Ja. Und jetzt? Ich hab keine Ahnung. Abwarten. Aber erstmal Halalbildschirm überspringen, da irgendwie ähnliches kommt. Schalten Sie Shepard aus. Das habe ich vor, Mann. Das habe ich vor. Ah, spuck ich Wasser aus? Ich glaube, ich bin auch gerade untergegangen, ne? Kopfsprung. Bist du viel Wasser geschluckt? Boah, ich bin aber nicht mehr ganz lebendig. Hä? Ist ja einer von Shepards leuten. Wegen dir ist Ghost tot. Ich mochte Ghost. Ah, was willst du mir sagen? Da ist er. Da ist er. Ja, Pia. Shepard, komm. Verdammt. Ich bin im Sandsturm. Ich seh' nicht. Da ist er. Dein Tod. Wie? Wie? Ah. Ah. Oh, nein. Ah, shit. Vor fünf Jahren habe ich 30.000 Männer in einem Atemzug verloren. Ja, und denkst du dich nicht? Hat untätig zugesehen. Morgen werden uns nicht die Freigeliehen fehlen. Da gibt es genug Patrioten. Ich weiß, sie verstehen das. Geh mir weg damit. Wow. Price, hau ihm eine auf die Fresse. Genau. Ja, genau. Rechte Maustaste. Linke. Ah. Gut. Oh, Price kriegt von ihm eine Fresse. Du bist doch so ein Sack, Shepard. Nein. Nein. Au. Au. Price, halt mal einen auf die Fresse. Ja, richtig so. Ja, halt noch mehr. Gib ihm noch mehr. Er hat sich anders verdient. Scheiße. Price, komm schon. Mach keinen miesen. Oh. 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 Aber obwohl, ne? Mein Messer. Oh. Ah, das tut weh, das tut weh. Oh. Oh. Das sind Schmerzen, ne? Komm schon. Zieh's raus, zieh's raus, zieh's raus. Zieh's raus, dann... Oh. 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 Komm. Du. Keine Ratte. Schön lächeln. Oh. 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 Oh nee, bitte nicht. Komm schon, zauber. Raff dich auf. Er kann doch nicht sterben. Shepard ist auf jeden Fall tot. Price? Hallo? Hilfe. Hilfe. Oh. Price ist doch nicht ganz tot. Ich liege hier und kann mich nicht bewegen. Tod. Oder so. Ich kann nur noch gucken. Sie haben mich viel gelernt, Price. Ich bin schon wieder kurz vor dem Sterben. Wie im vierten Teil war ich auch kurz vor dem Sterben. Und wer ist das? Aber doch gesagt, ohne Rückflugtikel. Oh, Nikolai. Ist wohl immer noch so. Wir werden jetzt nach uns suchen. Nikolai, wir müssen das auch hier rausholen. Dann, ich kenne deinen Ort. Boah. Zu Ende? Geht's ehrlich zu Ende? Boah. Geiles Spiel. Einfach nur geil. Dieses Spiel hat es wirklich verdient, den Namen Call of Duty zu tragen. Einfach nur genial. Das wird mir jetzt eigentlich gezeigt. Das sind Folie und... Und dann? Und dann spielt immer noch mit seinen Waffen rum. Was ist eigentlich mit Makarov passiert? Gar nichts, oder? Was ist eigentlich mit den Namen Call of Duty zu tragen? Am Ende wurde er doch nicht gestoppt. Da ist Ghost. Da ist Ghost. Und dann? Sieht aus wie das Elendsviertel. Wo geht's denn jetzt hier lang? informationsschalter ja das ist ein netter heli sehr netter heli was haben wir denn noch her so panzer schön ein jet zwei jets und was ist das aus wie ein panzer nur anders mit so gitter noch mehr helis das waren die beim angriff auf diese burg wo geht es jetzt lang dann ist das eigentlich museum oder was noch eine informationsschalter das ist auch ein ghost und taucher und die russen das war was war das noch mal ich habe keine ahnung ah ja genau das war das auf der bauinsel die ganzen geiseln werden sollten dann hinterher überall vermieden mit c4 runter genau Das war das Lager in Afghanistan, wo ich mit Ellen war, der aber leider von Karow getötet wurde. Und das, das war in Amerika, wo die Russen angegriffen. Oh, da kassiert irgendjemand gerade. Jo, und jetzt werden beide die Creds eingeblendet. Jo. Activision. Jetzt wird noch mehr eingeblendet. Alles gute Leute, die das gemacht haben. Ein Dank an die, an die Entwickler, an den Publisher. Jo. Wächst zu spezieller Neid. Wen haben wir denn hier? Done. Das ist auf jeden Fall Done. Das ist Ghost. Price. Foley. Soap. Keine Ahnung. Du und du Mr. Tango. Ten. 4. 0. Wächst zu speziellen halt. Okay. Jo. Jo. Fertig. Ähm. Jo. Das war's dann, ne? Wir sehen uns beim Lesen. Let's play out da rein.